Äh, wo ist mein? Kannst du nicht mal da runter schielen, wie das da unten aussieht, so? Hier in dem Bereich, oder siehst du nichts runter? Na, wenigstens ein Teil kannst du aufdecken. Geht es los? Schnell! Sie sind in der Stadt! So, das ist, glaube ich, die letzte Welle gerade. Die Ahnen rufen uns! Also, die, die durchgekommen sind. Brrrrraa! Kommt nur her! Ich höre! Vorwärts! Vorwärts! Und dann gehen wir schon mal... Sofort! ...langsam den Berg weiter hoch. Mir nach! Und los! Und los! Folgt mir! Wie viel Elfen können wir eigentlich noch als Arbeiter neun, hm? Hier! Mir nach! Vorwärts! Nächste 2.500, also die vorletzte und dann nochmal 3.000 Nahrung, theoretisch. Nächste 2.500 Quadrat weer 8.000 Nahrung stocks rum! schon wieder welche kommen und da rumwuseln ich höre eigentlich müsste das ja übelst wehtun den hammer ins gesicht zu kriegen also der hammer und los sofort okay noch ein lager direkt für unsere nase lasst sie nur kommen lasst sie nur kommen kreisen und sein mehr davon es sind zu viele das ist euer letzter fehler vorsicht gegner zu den bögen und ja die fernkämpfer die machen echt probleme die diener der nacht sind hier kommt nur her zu den bögen noch ein wolfs zeichen wer ruft vorwärts zur ehre auenius und da ist ein großes lager die linien müssen halten mehr davon das ist ein hinterhalt das ist eine falle da kommen die anderen es sind so viele lasst sie nur kommen wehrt euch schwester das bist du eigentlich jetzt schon den mehr davon kämpft männer wir sind in gefahr okay wir sterben jetzt noch helfen weg die ahnen rufen uns die ahnen rufen uns so was haben wir hier oh einen stein das rosten haben wir hier auch ein elfen monument das ist auch praktisch und ein zwergen monument sehr gut das heißt ich kann wirklich mal 1 2 3 4 5 6 hier bin ich marschieren los ok ich stirb geht es noch ihren los mit festem schrampfer vorwärts schwestern ach das wollte ich nicht was soll ich was ist euer begehren das ist nicht weit ok hier oben wurde schon ein bisschen arbeit geleistet wir sind in gefahr also ja kann ich theoretisch das monument aufgeben und das monument aufgeben so ich habe jetzt die beiden hier so sei es meine heilige pflicht kampfbereit geht es los habe ich jetzt noch eine windschützin mein bogen für die rune mein bogen für die rune meine axt wartet schon gut das heißt ich kann jetzt erstens ähm da bevölkerung erhöhen könnte ich mir noch 5 heilerinnen gönnen und 5 windschützinnen und 10 eliten älteste ähm ja aus dem weg zur seite sprecht wie ihr wünscht achso euch schick ich gleich hier wohin soll ich gehen elends segen stand halten männer und irgendwie hat jetzt mittlerweile der ansturm abgelassen stand halten männer scheinbar war das hier das haupt angriffslager so wie es aussieht und hier sind hauptsächlich ja truppenlager was ist euer begehr so sei es das bauwerk ist vollendet die rune ruft zum ruhme ahrens so dann gibt es hier erstmal eine dicke defense line für den fall dass doch noch größere angriffe kommen ich könnte theoretisch hier noch mehr monsilber abbauen könnte steine die ich nicht brauche abbauen kreisen sie die sieht okay aus weil hier ist das monsilber schon recht alle und hier eigentlich auch hier ist auch das eisen langsam alle ich höre nur zu was ihr wollt das bauwerk ist vollendet es ist mir eine ehre die rune ruft auf der stelle da kommen doch noch genug gegner runter kampfbereit elends segen wer ruft mich aus dem bild auf meinen befehl wir werden angegriffen das bauwerk ist vollendet das ist ein hinterhalt der ruft vorsicht gegner kommt nur her zur stelle jetzt könnte noch ein paar eiswerfer nicht schaden auf der stelle ja zum ruhme ahrens lasst sie nur kommen auf mein zeichen ria wolf scharf schützen auch das noch ja zur seite macht Platz und ja hier ist nur bergiges gelände wo war jetzt eigentlich der äh nicht hier hier war der gottstein die diener der nacht sind hier lasst sie nur kommen zu allem entschlossen sein auf der hut die diener der nacht sind hier das ist euer letzter fehler mehr davon es sind zu viele lasst sie nur kommen so lange sagte titan schießen also die scharfschützen sollte alles gut sein sie kreisen uns ein die diener der nacht sind hier die diener der nacht sind hier